Mekana. Mit über 50 Jahren Tradition zählen wir zu den grössten und führendsten Produzenten für Frischfleisch, Charcuterie, Geflügel und Fisch in der Schweiz. Für den nachhaltigen Erfolg der Mekana-Gruppe sind aber nicht nur die gut 2800 Mitarbeitenden, sondern auch die fünf Tochterunternehmen verantwortlich. Mera, Favoritgeflügel, Rudolf Schär, Stausgeflügel, KM Seafood. Doch trotz der Grösse des Unternehmens und den tausenden von Produkten kann die Erfolgsgeschichte unserer Mekana auf vier zentrale Begriffe reduziert werden. Herkunft, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Produkt. Regionalität ist ein Element, was in den letzten Jahren immer wichtiger wird. Der Konsument verlangt das, es gibt Sicherheit. Das ist über viele Jahre, Jahrzehnte ist das aufgebaut worden, Partnerschaft mit unseren Landwirten und wir können heute garantieren, dass unsere Tiere aus einer guten, gesicherten Herkunft kommen. Das Tierwohl liegt uns sehr am Herzen. Deswegen setzen wir auch auf Regionalität. Unsere Massenbetriebe sind alle nahe zu unseren Produktionsstandorten. So können wir kurze Transportwege garantieren. Der regionale Aspekt ist heute schon wichtig und wird immer wichtiger. Weil dort wo man lebt, möchte man auch seine Nahrungsmittel einkaufen. Und wenn man noch weiss, dass die Nahrungsmittel in dieser Region auch produziert werden, dann gibt das einem auch eine gewisse Sicherheit. Und es ist auch nachhaltig für Produktion vor Ort. Für mich ist natürlich wichtig, dass wir primär unsere Produkte aus der Schweiz haben und Schweizer Produkte auch unseren Konsumenten möchten weitergeben. Die Mekana gewährleistet die lückenlose Rückverfolgbarkeit aller Produkte. Die Produzenten werden regelmässig von unabhängigen Inspektoren kontrolliert. So wird die Prozessqualität auf allen Ebenen sichergestellt. L'Origin ist wirklich wichtig, dass man ein Produkt für die Produkte auszutauschen kann. Ich denke, das ist die Qualität aktuell, die von den Kunden beantwortet wird. Verantwortung bedeutet, dass man versucht, für Menschen, Tiere und Umwelt die bestmöglichen Massnahmen einzuleiten, dass es eben schlussendlich stimmt. Für mich bedeutet es auch, dass man als Vorbild durch die Welt geht. Deswegen setzen sich alle unsere Mitarbeitenden täglich für erstklassige Produkte und für die absolute Zufriedenheit unserer Kunden ein. Die Verantwortung für die Arbeitnehmerin ist für mich die wichtigste, die ich die wichtigste, die ich machen kann. Für mich ist es eine große Satisfaktion, ein Team mit dieser Größe zu führen, mit vielen verschiedenen Nationalitäten und verschiedenen Kulturen, die man mixen muss, die man helfen muss, sich gemeinsam zu entwickeln. Und wenn man sieht, dass man da erreicht und dass man viele sehr satisfeiert hat, ist es ein wirkliches Spaß. Unsere Rolle als Vorbild nehmen wir auch in der Ausbildung wahr. Wir bieten optimale Bedingungen und ein modernes Ausbildungskonzept mit einem eigenen Unternehmen innerhalb der Mecana, das von den Lernenden selbst geführt wird. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir den jungen Leuten eine Perspektive und Chancen geben können, sich auch zu entwickeln. Und das hat dazu geführt, dass wir unser Programm, das Azubi-Programm, ins Leben gerufen haben, wo wir die jungen Leute möglichst schnell mit dem vernetzten Denken und dem Unternehmertum in Verbindung bringen wollen. Ich denke, es ist ganz wichtig, vor allen Dingen den jungen Leuten auch wieder das Handwerk zu zeigen, dass das eben wertschätzend ist, mit den Händen zu arbeiten und stolz zu sein auf gewisse Produkte. Wenn man von der Natur etwas nimmt, dann wollen wir der Natur auch wieder etwas zurückgeben. Und da ist das Ziel, dass wir Kreisläufe schliessen und dass wir den Begriff Abfall nicht mehr werden haben. Unser Nachhaltigkeitsverständnis umfasst die gesamte Wertschöpfungskette. Vom Anbau und der Beschaffung der Rohstoffe, der Produktion im Betrieb bis hin zum Konsum und Recycling. Wichtig ist einfach, dass wir wirklich auch in dem Land, in dem wir leben, die Verbundenheit suchen, die Regionalität finden und das Schweizer Produkt kaufen. Und das haben sie bei uns garantiert von einem Partner aus der Landwirtschaft, der jeden Tag gerne in den Stall geht. Daneben wollen wir den langfristigen ökonomischen Erfolg sichern, die Mitarbeitenden umfassend fördern und die Tragfähigkeit des Ökosystems gewährleisten. Das alles aus einem guten Grund. Das ist auch das, was in der Durabilität motiviert. Die Zukunft Generationen kommen, die nach uns, meine Kinder und ihre Kinder auch. Es muss das Tierwohl stimmen, es muss nachher die Verarbeitung stimmen, es muss schlussendlich Qualität stimmen und am Schluss ist es der Genuss, dass ich mit gutem Gewissen ein Produkt kaufen kann, weil ich weiss, im Hintergrund haben sich alle dafür eingesetzt, dass eben auch die Rahmenbedingungen stimmt. Frischfleisch, Wurstwaren, Geflügel und Fisch schmecken vorzüglich und können vielseitig zubereitet werden. Gerade weil es so wichtige Lebensmittel sind, überprüfen wir laufend die Qualität der Waren und Zutaten auf allen Stufen der Produktion. Weit über zwei Millionen Konsumenten geniessen täglich die Mikaner Produkte. Wir stellen uns dieser Verantwortung und garantieren bei der Produktsicherheit höchstmögliche Standards. Wenn er an die Erwartung des Konsumenten antwortet, dann ist es nur das. Ist der Klinik das Produkt zufrieden? Ist er das? Ist es gut? Ist es gut? Ein frisches Produkt, mikrobiologisch einwandfrei, nach der Zubereitung ja auch gustativ, ein hochwertiges Produkt. Bei uns kommt es aus nachhaltiger Produktion und was ganz wichtig ist, und das ist ein ganz wichtiges Element, es kommt aus der Schweizer Landwirtschaft. Herkunft, Verantwortung, Nachhaltigkeit und Produkt. Vier Begriffe, die für uns mehr sind als nur Worte. Sie sind unsere Werte und somit die Basis für Vertrauen. Denn gute Fleisch- und Fischprodukte sind eben Vertrauenssache. Das verpflichtet und motiviert uns jeden Tag aufs Neue, Spitzenleistungen zu vollbringen. Wir sind im Schweizer Markt führend in Qualität, Innovation, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. Kurz gesagt, wir sind in der Branche Vorbild. Nehmen Sie uns beim Wort. Mikarna – eben ein gutes Stück besser.